Alecto! Was kann ich für dich tun? Führe uns bitte 20 Jahre in die Zukunft. Dr. Stefan Schan, haben wir bereits einen Geburtszeitraum reserviert? Ja, ich würde gerne im Frühjahr 2043 gebärbt. Heiß, 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 heiß! Hm, Verbindung, Hergestellung. Jetzt? Ja. Ja, was ist eigentlich mit Ihrer Nase? Was ist damit? Würden Sie die gerne behalten? Mittwoch ist Nasentag. Am Mittwoch habe ich entern, die meinen Scheidungsanwalt angesetzt um 14.30 Uhr. Was? Wiederholen? Um 14.30 Uhr. Nein! Das mit dem Anwalt. Sonst macht irgendjemand irgendwelche Neuigkeiten für mich. Ja, das ist gut. Ich spiele Maschine. Was will die denn schon wieder? Sie sagt, du könntest dich ein bisschen mehr zusammenreißen. Sie fühlt sich von der Arbeitsatmosphäre gestört. Hast du den Kühlschrank so eingestellt, dass er mit der Stimme meiner Mutter zu mir spricht? Soll sie vibrieren? Nein! Ich möchte das nicht ausnutzen, aber... ...Fatiana Hoffmann, ich wäre gern ein Implantat in dir hellen. Warte, 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 warte! Kannst du bitte den Helm runternehmen? Kannst du mich bitte einfach küssen? jetzt ohne ohne den helf jetzt ohne ohne den helf